damit recht herzlich willkommen zurück zu minecraft gerade ein kleines problemchen die chef gerade schon erzählt hat auch mein gott jetzt geht doch mal weg klein sagt ja kleines problem meine sachen suchen wir so weit zombies und man die folgen mir jetzt die ganze zeit ich mach dir jetzt mit meiner bloßen hand kaputt ich muss das was essen bevor ich sterbe so kommt ja ich würde jetzt einfach praktisch auch das ding noch mal ganz drüber eine decke bauen also bringe ich genug mit ja alles klar kann auch farblich unterschiedlich sein ob das genug unterschiedlich oh nein ich hab hier nur fichte ich hab gerade echt oh mein gott ich bin so dumm ich bin so dumm ich wollte es nicht sagen aber meine ganze kohle verloren und so man das ist echt nervig das ist mein kraftwerken ich meine kraft ist kapital scheiße dann habe ich auch noch der klassische mein kraft moment ich soll ich jetzt hier rauskommen ich habe nichts ich habe ich auch noch nicht mal ja doch zwei diamanten auf jeden fall habe ich jetzt jetzt drauf das hier jedoch weg das war ja wenn dann schon eine gemeinschaftsproduktion das ist ja alles das elend das problem ist ich wollte mich schütten die hexe die hexe mann leute können wir bald basti inkontinentia nennen hat doch immer das maul basti wusstest du schon ab dem dreißigsten lebensjahr vergrößert sich deine prostata und bei dir schon viel eher mann warum bei basti schon viel eher auch leute kann ich mir mit helfen können das gehst du auch ohne alles darunter hättest du erstmal noch eine rüstung oder so gemacht und ein schwert ich hatte Angst dass das zeug einfach oh mein gott die beworft mich schon hier mit irgendwelchen sachen nö das despawn eigentlich nicht despawn nicht ich dachte das despawn aber gut naja aber es dauert ewigkeiten glaub ich dass man einmal aufsche... ich bin vergiftet es dauert wirklich ewigkeiten hey du blöde hihihihihi ach man ich bin tot ähm dein bett wurde blockiert oder zerstört jetzt ernsthaft hattest du dein bett mit? nein ich hab's oben aufgestellt hä? ach nee bist du dir sicher? ich bin mir ganz sicher oh ich hab schon wieder gepupst jetzt hab ich's auch gehört ja siehste und ich bin ewig weit weg hä? vielleicht hast du selber gepupst jungen ach fuck it ach Leute das ist schon wieder... das tittet mich grad komplett aber hier stehen grad nur zwei betten rum aber hier stehen grad nur zwei betten rum hast du das hingestellt basti? glaub ich... ich weiß nicht wo ich geschlagen hab ich glaub rum oder unten guck mal guck mal ob unten ein bett steht ich stell dir jetzt mal alle drei in die selben stelle und so dass sie nicht blocken können und hier ist auch noch ein bett in der kiste ja ich nehm ich gleich mal mit hm ich kümmere manchmal hier hinterm bett? ja unten stand ein bett wow und wieso wurde das blockiert? ähm weil du äh 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 unten drunter ein stück weggegraben hattest also da stand nur auf einem dings so auf einem block sozusagen anstatt auf 2 wie es immer steht alter ich raste gleich aus hier das ist schon wieder... ne tolle aufnahme ey mann oh er hat die optik versaut äh schön und stormy ja es wird eh grad wieder dunkel ne können wir gleich wieder toll toll ja wie soll ich denn jetzt bitte? ja du lockst dich aus und was für pussys wir gehen ins bettchen ach man ey das ist grad so tiltend schon wieder glaub ich dir oh wir haben ja schon vier kühe mittlerweile cool ja ich hab mich gekümmert wir brauchen ja später auch noch viel leder für ganz viele bücher kann man da jemand runter bitte gehen die diamanten wenigstens holen und wo bist denn du da heran gegangen alter ich hab das Müll du bist du gehst erstmal komplett geradeaus ja warte kurz da unten gehen aber drei gänge ab naja geradeaus hab ich dir gerade gesagt ja warte warte ich lege erstmal mal den ganzen scheiß ab und dann geh ich da runter und ich nehme mir was zu essen mit wollen wir vorher erst noch schlafen das passt die tag hat wartet bitte hab ganz hier schafe oh dann ist es okay und versucht so ich nehme mir ein bisschen was zu essen mit und dann bin ich auf dem weg wenn ich wissen wo das dritte schaf jetzt schon wieder hin ist ist es weg weg ja keinerlei ich glaube ich mal kurz aus achtung ich kann nicht warten muss erst mal pennen gehen das ist so tätend ist jetzt in einem tild leben das ist einfach nur gott im bett im bett und colli auch die warte aber jetzt tag in weit zwischen id was bitte was ich kann nicht ich kann nicht ich kann nicht ich mache kurz den karton guck was es ist so leute wieder da business wie die kühe manchmal das ist auch so dumm ohne witz f3 wo muss ich hin jetzt die höhe okay dann bin ich in der warte 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 kurz ich muss mal jetzt in der höhle bist oder ich muss kurz nachdenken der höhle bist musst du glaube ich nach rechts und da siehst du irgendwo schon lavado da geht es irgendwo nach unten hier ok ist ein creeper und ganz viel scheißzeug und klar war ja genau und auch noch weiter ist irgendwo lava mit erde und da in der nähe war ich irgendwo aber mit erde ja ich hab den zeug so creeper shit also ich hab's gleich ja du bist du wenn es mein zeug was aber so liegt dabei ist das der fortschritt erreicht das war es erstmal kommen erst mal zurück ja ja na klar das werkzeug gibt es ja noch nicht ja hier liegt noch zeug in der ecke ich mach schon mal ein bild rot wenn der bastille dann wieder kommt wieder hat er bestimmt hunger der bub ich schlachte hier mal gerade schweine esse rohes fleisch wie es ein überlebender tut ey das schwein verarscht mich ein richtiges arschlauchschwein wie das schwein hält so gut mein bester da war ich froh dass ich die zombies besiegt habe da kommt eine hexe da kommt einfach eine hexe bei mir war da jetzt gerade keine hexe die hat sich bestimmt verpissen kann sein aber bei mir führen dafür relativ viele creeper und anderes zeug da ja bei mir auch ich bin ja in dem allen irgendwie aus dem weg gegangen außer den halt den zombies die musste ich halt machen man ich hatte wirklich glaube ich habe drei stacks eisen oder so weißt du ja ich glaube das weißt du 25 gold hast du ja ja der rest ist verbrannt leider ach so 25 gold und 28 eisen haben wir hier also ich habe einfach kein glück ich kriege ja einfach keine weiteren hühner das gibt es gar nicht ja es ist ja auch nur zehn prozent chance oder so das ist hauptsache die diamanten haben überlebt das ist erstmal das wichtige trotzdem ich hatte auch glaube ich auch vier stacks kohle oder so ich war ja holz schlagen stimmt ja ich ganz vergessen da vier steaks kohle damit hätte eine ganze stadt erleuchten können ganz wummerball junge ganz mädchen süd jungen süd weiß ich auch nicht juri was stimmt mit dir nicht hat juri genannt ich habe unten im haus das ist deins das ist deins das ist deins ne halt das ist meins ja ist egal leg einfach irgendwo hin ist doch scheißegal wein setz das ist ja mach ich doch gerade ich habe alles wieder unten in die links gelegt in die truhe unten bei dem bei dem dude wo der die ganze zeit macht das gold nehme ich mit hoch und schmeißt es in der zwischenzeit den zwei minuten wieder da und ich weiß gar nicht warum du so lange dafür brauchst also gebraucht hast weil das da kriegst du noch holz ja 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 wenn dabei ich pflanze halt auch gleich nach dass man mal genug haben so kleine baumfarben ja manche auch also groß jetzt nicht auch beleuchtet auch nö auch beleuchtet ja mitten ein loch gesprungen und fast wieder gestorben was sie konzentriert ich junge da ist einfach ein loch aufgetaucht dafür kann ich so ist ja nicht da und sterben jungen ja alter wie wachsen denn die bäume hier die wachsen nicht da wo ich sie hingepflanzt haben scheiß fichten das arschloch kind unter den baumarten ohne witz alter was ist mit dir richtig gut drauf ist für so ein fichten sympathisante die riechen auf jeden fall gut das stimmt auch da laufe ich extra drum rum weil ich dachte da gibt es kein berg hoch auf jeden fall kommt am berg die zwei minuten sind dann doch vielleicht doch um vielleicht vielleicht ist das belastend leute abstand habe ich immer gemacht scheiß lava fein muss es war alles gut bis dahin ist doch auch jetzt wieder also ich glaube ich kann mich da übelst auflegen drüber das ist ja bitte das ist noch zu viel so ich hatte ja auf mich anzumuhlen sehr schön muhe ich zurück das will ich sehen und auch mal ist mir einfach nur kurt ja das hat kein gott verdient Den Rüssel Alter, jetzt ist er Alter, du musst das mal Mann, das muss für die Zuschauer echt spannend sein Ich wette, die swipen gleich weiter Verständlich Alter Du bist ganz schön Nö, nö, einfach nur nö Wenn wir uns das nächste Mal sehen, spreche ich nicht mit dir Machst du doch eh nie Ja, das stimmt doch gar nicht Jetzt hat er jetzt aber Quatsch Wasser Oh, das war echt knapp Ich wäre fast gestorben Das ist nur die Wahrheit Nichts als die Wahrheit Ich muss auf jeden Fall mal was zum Abendbrot essen Ist das in real life oder? Ja, in real life Ich habe auch noch nichts gegessen, ich habe übel Hunger gerade Nein, man verglebt sich einfach übelst die Zeit, das geht gar nicht Man merkt es ja nicht mal Man merkt es einfach nicht Scheiß Minecraft Vor allen Dingen, das wird bei Basti übelst cool kommen, ne? So die ersten vier, fünf Folgen Oh, Minecraft, so toll, yeah! Und dann danach die ganze Zeit Zehn Folgen erstmal Boah, ey, scheiß Minecraft Oh, wie bin ich denn jetzt hier bitte gelaufen? Och, nö Ich glaube, ich muss schwimmen Ich habe mein Bettchen ja gar nicht mehr mit Ich muss das erstmal Och, nee, alter Erstmal nach Hause Hatte Basti jetzt eigentlich ein Bettchen? Ja, wir haben vier Betten Ah, ja, ich meine mit Ne, ne? Ne, na, er ist doch gerade wieder gesprochen Wie soll er denn eins haben? Ne, habe ich nicht Komma! Komma! Ach, Mann! Wo bin ich denn hier? Sag nicht, ich muss echt schwimmen Sag nicht, da hört die Oh, mein Gott Tilt! Einfach nur Tilt! Kompletter Tilt! Wie macht man sich ein Boot? Ähm, ich glaube, wie so eine Wanne sozusagen Ja, glaube ich auch Okay, ich lock mich erstmal aus Liegt ihr im Bett? Ähm, gleich Oh! Traurig, du bist die Kompetenz pur War das wieder Ey! Ey! Upsch! Da halt Äh Also wir, ja Wir sitzen im Bett Nicht im Bett Nicht im Bett Warte Beschüssel Heute sitzen im Bett Oh, nee Oh, nee! Oh, nee! Warte Und sie warteten noch heute Am Boot Ja, und nur Ah Okay, du kannst wieder betreten Yay! Jetzt geht's komischerweise Warum ging's vorher nicht? Komisch Keine Ahnung Oh, brennende Zoppies, hallo! Oh Freunde! Nicht brennende Creeper Leute Leute Aua! Scheiße, ich brenne auch Ah! Ich bin auf, ich bin auf meinem Weg Nein! Ähm Crolli, what are you doing Over there? Niiiit! Ah! Hat er Crollorino, was ist los mit dir? Ich muss hier erstmal die Landschaft wieder bauen Ich hab hier vielleicht zwei, drei Krater hinterlassen Landschaft ist doch jetzt erstmal egal Was kannst du da machen, wenn du da irgendwas baust? Wenigstens so ein bisschen wieder hübscher Ich glaube, ich weiß, wo ich bin Hier war ich schonmal Hier war ich schonmal Hallo, steck doch mal aus Well, fuck Hier war ich schon einmal Ah, ich glaube, hier hab ich Sand gesammelt Es kann sein, wenn das Wasser komisch läuft Dann bist du auch nicht so alt so weit weg mehr Ach, ich gönne mir erst meinen Lachs Lachs, ja Wo hast du den Lachs her? Den hab ich mir gefangen und dann gebraten Ach stimmt, wo wir letztens Stinks formen, ne? Beim Sand-Sammeln, irgendwie Jetzt töte ich Spinnen Wieso ist es Tag? Job Ich will aber Fäden Wow Davon hatte ich auch genug Fäden Davon hatte ich auch genug Und mehr Leid war ich hier Alles nur eure Schuld Ja Ich hab mich darunter geschickt In die eisame Höhle Ja, ja, das war auch so Hat mich schürfen lassen Gut Hat alles so funktioniert, wie wir es wollten Ja Einzige Ziel war, dich zu töten Dreimal Zweimal You had one job, Guy Huhn Stirb, Huhn Stirb, Stirb Stirb, Huhn Huhn, Stirb Ach man Muss eine richtig spannende Folge seiiiiin Hehehe Hei Ich bin jetzt auf 1100 Das ist weiter in die Richtung Ja Hier noch ne Fackel hin Und hier noch ein Bäumchen Und dann sieht das doch ganz schniegig aus hier Ja Schöne kleine Baumfarm Ist das nur dasselbe Holz? Alles nur Fichtenholz? Ich seh den Kackstift Du siehst sie Ja, wir haben halt hier echt nichts anderes drin Bosti Hallo Guck mal hier, Baumfarm Yay Also im Aufbau Im Aufbau Im Aufbau So Leute, das war meine Folge Minecraft Ich hoffe, ihr hattet ganz viel Spaß, ne? Also ich hatte keinen Spaß Nächste Folge gibt's beim guten Krolli Der hier vor mir steht Hallo Jawoll Und äh Macht's gut, bis später Tschüss Jossakowski Babydoll Frau